Hallo und Willkommen zu meinen Freunden, ich bin's, euer lieber Odo. Wir sind bei Korea 3 mit Österreich. Letztes Mal haben wir Spanien zwei ihrer Kolonien abgerungen, also nicht in die Freiheit, sondern in die Freiheit platzen quasi. Und dann haben wir drei Revolutionen in Protect Parade getrickt, was ich natürlich nicht so finde, aber gut, wir werden diese Kriege relativ schnell machen. Zwischen den Episoden habe ich mir noch angesehen, wir haben 216 Influence Points und ich bin drauf. Wir haben jetzt in Modena und Toscana jeweils eine Obligation. Dann würde ich fast sagen, machen wir Toscana. Nein, was ist nein? Nur 10? Jetzt? Ideological references of our government? Seien wir mal Spins hier. Okay, auf jeden Fall. Na, Modena. Ja, schauen wir mal Modena. Ja, die machen das noch typisch. Auf Modena. Auf. So. Modena hat gleich Pech gehabt. Nur, Modena hat Pech weg. Ist ja Backroading. Dann haben wir gleich nochmal mehr. Ähm... ich glaube ich mache ein paar mal eine defensive act aber parma auch zu einem protect reds was sagen Ja, außerdem möglicherweise gewinnt das radikale Preußen diesen Krieg doch, weil sie haben Preußen fast vollständig erobert. Ah, warte, sie verlieren jetzt doch noch. Auf jeden Fall ist Preußen hier schon also dieser in dem Fall nicht so super aber da ist Preußen der Frei sie werden wohl nicht mehr jetzt den Punkt verlieren Substation Accepted Finde ich also Modena ist jetzt ein Protektor von uns und Württemberg können wir jetzt einfach 4 4 4 4 4 4 4 5 Ich muss mir einfach die Schlachter zeigen und die Schlachter zeigen. Yay, Destroyer unlocked. So, heißt das, wir könnten rein theoretisch defloppen. Hier vorher umstellen. Mehr Munition, mehr Iron Clides. Ah ja, stimmt, ich könnte außerdem noch den Markt ein wenig mehr anfangen. Jetzt habe ich ein paar Kleinigkeiten gemacht. Ich habe Möbelfabriken und Kleiderfabriken ein wenig ungemodelt, um mehr Arcade-Versions zu schaffen. Wir müssen... Ja, Bon. Ja Buhn. Ja Buhn... Ah, Mann. Ah, kann ich auch machen. Sonst. Aber ich wollte dich da. So. Schauen wir uns mal den Markzucker an. Weil da haben wir schon wieder... ...stecht. Dann. Spauen wir da gleich mal wieder aus. Da auch. Urark. Da hatten wir noch gar keine Rainroad. Aber jetzt? So. 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 Und den Hafen hier auch raus. So. 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 Öl brauchen wir und Maschinen. so. 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 Das ist ein Junge ohne Game Budget. Das ist extrem, aber das ist eigentlich auch hier extrem. so. so blei und zus ja auch langsam steuer machen wir keine leute so 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 wird der Güter Munitionsverband Ja Echt Die zwei Hauptproduzenten sind So Alles andere brauchen Und wir zücken Ich hab das Ich hab das Ja Da fahren wir gleich auch schon aus Da fahren wir auch schon aus Passt Na dann Mal weiter So Weg So Mit einem Influenzpunkt Recht Schauen wir mal Hey, they would accept Mal schauen wir Obst Okay, was ist das? Prozal for Defensive Pact Anhalt Make it Protectorate Oh, dann muss auch Ich bin top Bring noch bis 50 Was heißt hier, meine Lieben? Oh, ihr habt schon eine App Obligation Oh, das ist ja cool Woher hab ich die Obligation? Oh, ich Die kann ich erst vor kurzem getrückt haben Aber ich weiß nicht Ja Vielleicht weil sie mir Eines angeboten haben Für den Defensive Pact Skynavi Skynavi Owing Us Obligation We Used To Request Propaganda Campaign Making The World See Our Nation In A More Pleasant Light Anyone Should Remember How We Came To Their Aid A Kind Of Image Oh Austrian Infamy Decreases By 10 Ja, klar Machen wir Hier etwas Glück Aber keine Infamy mehr Austrian aristocracy demand The promotion of brigadier Thomas von Bus Ja, ich weiß nicht Da hatte ich jetzt nicht zu heraus An den Kämpfen Weil es erst nach dem Fehl Ich Und die aristokraten Wollen So Was ist unsere Region Hier Yay Ah ja Sie haben es nicht gemacht Minus 11 Echt Idiot Können Sie sie nicht einfach Aufgeben Ihr seid total Outnumbered Sehr gerne Ich So Neville Pais Ist ja Was Wir kommen Normal Tockling Dottorol Und Unsere Schiffe Echt Was Das war's mit Württemberg, und gleich haben wir das nächste, nämlich Krakau. Aber Krakau, die haben natürlich keine Armee. Was auf was? Und hier geht's genauso schnell. Nehm ich an, die haben natürlich Armee, aber nur ein Stück. Wir machen in Elt. Mehr Konstruktionsfirmen bauen. Machen wir einfach in Österreich vor. Bis jetzt hab ich das gelächelt, dass es da ein Maximum gibt, aber das macht tatsächlich unrechtlich Sinn. Das letzte Sektor werden sich brauchen. Also, das ist in drei Jahren fertig. Wenn wir die drei dazukriegen. Das ist in drei Jahren fertig. Das ist in drei Jahren fertig. So, es ist in drei Jahren fertig. Und das ist in drei Jahren fertig. Wieso seid ihr aus unserem Markt ausgestiegen? Sagst du mir das? Doe ich gut. Jetzt machen wir mal ein Bang. Die am Linken sind nicht gut. So, dann mal. Ob ich die zum Vektor-Rab machen will? Man muss auch dann reißen. Also. Mit der Obliki. Schauen wir mal. Kann ich Vektor-Rab machen? Nein. Obligation. Jetzt sind wir mal auf. Nein. Oh Gott. Was soll ich nicht machen? Okay. Nur 16. Ich würde es nicht festsaugen. Nein. Oh Gott. Wow. Okay. Das ist doch geholfen. Okay. 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 Mal kurz Quell. Das heißt, ich mache auf 400 Positionen. Je gert euch ein paar Power jetzt. Die viele Power geklecht werden. Die ganze erste Seite. Und sogar in der zweiten Seite ist es gleichzeitig. Noch wieder. Vielleicht. Ja, auf jeden Fall haben wir es geschafft, dass alles so schön geblieben ist. Ich bin doof. Ich bin da auch. Wie ist das? Wie ist das? Ich bin da auch. Ich bin da auch. Ich bin da auch. Oh, das ist ein Ding. Ich bin da auch. Oh, das kann ja dann interesting werden. Wie machen wir das? Das kann natürlich aus. Vielleicht, wenn es eher drauf geht, sollten wir... Oh... Wieso darf ich... Ah, was hier ist eine Piste. Okay. Bei den Kriege. Ja, ich weiß, Angels sind hochprell. Wie geht das mal? Ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Okay, 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 okay. Mehr Truppen, mehr Schiffe. Anpassen. So, wir können die ja schon nicht mehr holen. Okay, so, wir sind in Frieden, endlich, seit Ewigkeit, nochmal, das kann ich mit dem Kongo erforschen. So, wo bist du, in der Pirale, in Milehead, nehm ich wieder die. Und der, nicht, auch nicht, ich nehme den Admiral, aber ich nehme mich nicht so. Dann schauen wir mal, was war das? Wir haben 1800 und Österreich, es gibt nur rückständig, wie noch Geld. Okay. Okay. Neveren wishes to enter trade agreement with us. Yep. Let's see. Here's our... The ending comes now. So, wir brauchen Bayern gar nicht. Bayern ist vollkommen mit von uns. Ich weiß nicht, ob ich mit irgendeinem Handel treiben muss, außer mit uns. Obligation, aber, yes. Was ist... Wir haben Powerful Protektor. Wir haben Powerful Protektor... Sagt mir das doch mal. Ah, verstehe. Defensive Packs. Dankreich. Ja, die Fenster auflöst. 31 Sekunden. Okay. Okay, wassit? A 2 des Grimmeld, ich werde dir.. ...zarlwachen Poison. umfassbar ich meine das macht wenig die uns da unterstützen würden in deutschland sein das würde so viele dinge vereinfachen aber wir werden dann nicht mehr österreich geht gar nicht so machen wir es hier wieder wir proben hier wieder so mal sind wir bei bayern nur fünf was ist da passiert was genau ist hier wenn ich schreiben will okay ist mir kaffee und kaffee kongo gibt es kaffee die 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 After a few weeks of preparation and travel, the expedition led by Leopold Dolman has arrived at the mouth of the... From here, they will begin their journey to plot the course on board. Let's go to Spain. Hey, we have the telephone unlocked. So, we need military. What is that? Let's go. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, vielleicht... Gut, gut, gut. Ich merke, dass ich ruhig werde und nur das Spiel dann lasse. Nicht. So, wie lange haben wir denn schon? Oder ab Minuten. Äh, Herrschaften. Dann werden wir es an dieser Stelle abbrechen. Das letzte Mal war schon im Echtenbereich. Wir haben verschiedenste Gebiete. Jetzt engelt wird in Österreich. Und jetzt auch den Halt als Protektor. Es wird gut und schön. Ähm... Das heißt, ich wünsche euch bis zum nächsten Mal... ...die pass... ...laufe... ...und so... ...und so... ...und... ...und so...